...ein der Lobby von Melo. Na gut, Aiden. Dann los. Ich häng mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Lüten. Ich greif nur zu. Pflück sie aus der Luft und sie sind meint. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und die Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Licht. Hörst du dir eigentlich selber zu? Was war das? Hallo. Ich glaub, da hackt sich noch einer rein. Ich seh mal nach. Besser Nate. Halt dich an dem Plan, den wir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertraue deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Die scannt das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger helfen. Ich hab's. Was verdammt ist das? Wir müssen abrechnen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Damien, es ist vorbei. Scheiße. Scheiße. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlotjob gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Ubisoft. Wird präsentiert. Eine Ubisoft Montreal Produktion. Elf Monate später. Watch Dogs. Watch Dogs. Watch Dogs. Watch the election campaign behind us. It's now time to fight together. Du musst mir glauben, Mann. Wer gab den Betrieb? Komm, Mann. Ich sag doch. Ich weiß nicht. Du weißt es nicht. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag dir genau. Lena. Lena Pierce. Ich wusste nichts von einem Kind. Das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nah denkst. Denk nach. Ach, Mann. Auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich hab Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man einfach nicht wissen. Bitte. Bitte. Wer gab den Befehl? Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich nicht finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Der Typ ist ja auch total cool. Töte mich. Töte mich doch. Ja, mach ich auch gleich. Hat kein Auge mehr. Oder er hat nur noch ein Auge. Und, äh. Ja, keine Ahnung. Ist trotzdem noch so cool. Äh, herzlich willkommen zu Watch Dogs. Endlich. Erinnerst du dich jetzt? Schlechte Entscheidung. Tja, den haben wir mal unten nicht zusammengeknüppelt. Maurice redet nicht mit mir. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. Ich kann nicht mehr weglaufen. Es gilt nicht. Dieser Scheiße in Pierce. Ich hab seine Nichte getötet und er wird nicht aufgeben. Nicht dieser Typ. Was soll ich nur tun? Er macht immer weiter. Ich muss echt weiter. Ja, ich muss echt weiter. Ich noch nicht. Ich werde erstmal hier noch ein bisschen mich umschauen. Die Steuerung derzeit mache ich jetzt gerade hier über Maus und Passantur. Ihr könnt es schon sehen. Ähm, die ist ein bisschen hakelig. Und ich habe eigentlich versucht, die gut einzustellen. Aber irgendwie will die noch nicht so ganz, wie ich will. Kann auch an der dämlichen, ähm, Perspektive hier liegen. Ich hab, äh, das Spiel noch nicht gespielt. Öffnen. Joa. Wieso nicht? Geld nehme ich immer. Äh, wir wollen aber noch nicht raus. Hier gibt es nämlich noch mehr Sachen. Äh, ich war vorher nur in dem Raum und habe einmal kurz durchgespielt und geguckt, ähm, wie die Ruckler sind. Wir spielen gerade auf Ultra. Wurde zwar gesagt, ja, für Ultra brauchst du, äh, ich glaube, GTX 780. Kann das sein? Ich spiele hier mit der GTX 760, müsste es sein. Joa. Läuft bisher. Wir sind bei 50 FPS. Sieht super aus. Kann bloß sein, dass ich zwischenzeitlich... Das Ding nervt. Kann bloß sein, dass ich zwischenzeitlich mal irgendwie, äh, hier wechseln muss. Medizin nehmen wir. Und das... Äh, wechseln. Und zwar, äh, ist leider die Batterie leer von... Von meinem Mikro. Ja, das läuft über Batterie. Joa, Maurice! Joa, was läuft, Motherfucker! Oh, scheiße! Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Ah! Ah! Du bist nur zwei Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn sonst hättest du ihn gedürtelt? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Schaudi. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich mein, du siehst gar nicht, welch fieses Gegendrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. Achtes Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wen ich angerufen hab? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Habt die Bullen gerufen? Nicht dein Ernst. Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, ba, 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 ba. Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die hab ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es hier finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Das sehe ich aus wie ein Chauffeur. Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Chicago Police. Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich. Oh, man. Ich gehe in Deckung. Drücke V oder bewegen Sie via C, um die Deckung zu verlassen. Das habe ich letztens schon probiert. Also, letztens. Vor ein paar Sekunden. Cool, wir können die ganze Zeit im Kreis rennen. Und hier ist noch eine Leiche. Die gucken gerade nicht zu mir. Boah. Wollen Sie es in anderen Verdauern? Wir haben zwei Leichen in den Katakomben des May Stadiums. Gangbanger. Äh. Wollte ich gerade sagen, warum geht es nicht? Okay. Okay. Okay, das funktioniert. Äh, wir können natürlich auch Sprinten. Gott! Du sollst... In jedem anderen Spiel ist es so, dass... Wenn du... ...einer von den WASD-Tasten drückst, ...der Typ automatisch einen Schritt nach rechts macht oder so. Na, aber schräglaufen kann er anscheinend nicht. Äh, Profiler. Hier, das da. Cool. Ich weiß, dass ich das von der anderen Seite aufkriege. Wir hätten es auch vorhin schon einsetzen können. Da hätten wir nämlich ein paar Informationen gekriegt über die Polizisten. Ist aber nicht so wichtig. Können wir jetzt haben. Oh, guck mal, was ich da sehe. Das könnten wir noch gebrauchen. Sonst ist hier nix. Da oben geht's hoch. Okay, dann müssen wir also in die Richtung weiter. Dann hacken wir mal. Hacken, hacken, hacken. Hast du gesehen? Nein. Alles ruhig. Sieht aus wie Geld. Da ist ein bekannter Weißloor in der Wipp-Lounge. Lass uns das überprüfen. Okay, ich komme nach Hause. Mach mal Halbland-Speedie. Wir brauchen dich da unten. Pass auf, dass wir keine Überraschung erleben. Na gut. Alter 31. Und der andere ist 30. Cool. Und der Typ? Baxter? 30. Okay. Das Einkommen ist natürlich, also das Komma ist tausender Grenze, ne? Wäre sonst ein bisschen merkwürdig. Okay. Wo? Da unten. Noch irgendwas hier? Können wir den eigentlich irgendwie markieren? Wir können sogar... Cool. Nö, können wir nicht markieren. Dann hacken wir einfach. Und wir gehen einmal raus. Gut, das läuft schon mal ganz gut. Müssen wir jetzt bloß gucken. Müssen wir den Typen da wegkriegen. Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. So, das haben sie jetzt komplett verkackt, finde ich. Jetzt muss ich... Deswegen werde ich wahrscheinlich auch auf, äh, G. G. G-Köter. Hatten sie, äh, Köter, genau. Gedrückt, umzuwerfen. Okay. Kriegen wir hin. Sehr gut. Okay. Floppen. Jetzt müssen wir uns beeilen. Oh, Mann! Warum kann er nicht ein Stück weit davor gehen? Ist vermutlich nichts. Ähm. Können wir das Ding jetzt nochmal hacken? Nein? Wieso nicht? Aber... Cool, wie ich gesagt habe. Die verändern ihre Wege. Nein! Wie hat er mich gesehen? Wie? Witzig. Das ist mir vorher nicht passiert. Das können wir jetzt ja überspringen. Ja, 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 ja. Laber nicht. Ja. Er bewegt sich nicht. Ja, ich weiß. Dann gucke ich mal vorher dorthin. Ich möchte jetzt gerne hier weg. Lass mich jetzt weg. Ich will mir das Geld nehmen. Ach halt. Das. Bumm. Okay. Schluck den Köder. Lauf dorthin. Nein! Jetzt bewegt dich. Bewegt dich. Das ist nicht mein Problem. Renn, 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 renn. Scheiße. Wow. Hey, Sie. Sir. Alter. Verwalter. Ja, kommen Sie her. Scheiße, Mann. Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur Reb. Hey, Mann. Ich hab hier meine Tickel. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Das ist doch scheiße. Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Sind Sie auch ein Vice Roy? Ist ja nicht illegal, oder? Nicht so frech. Wie konnten Sie sich Wipkarten leisten? Er verdient mit Sicherheit mehr als du. Ja? Womit denn? Hey, yo, Didi. Ganz ruhig, okay? Gibt Ihnen nichts, was Sie verwenden können. Irgendwas sagt mir, wenn wir euch zwei Hübschen überprüfen, finden wir mehr als genug. Die Ausweise bitte. Beide. Ich zeig dir einen Scheiß. Hey, pimmt ihr das auch alle? Ich will diesen Ficker im Internet sehen. Los, das sind auch keinen Ausweis. Dann lächeln wir zwar nett, es geht aber besser ohne. Hey, Mann. Ich hab dir nicht erlaubt, mich zu fotografieren. Na, bitte. Jerome Richards. Und es liegt ein Hassbefehl wegen Drogenhandels vor. Das können wir auf jeden Fall verwenden. Mann, das ist doch verrückt. Wir haben Rechte. Fragen Sie mal eine Minute. Das Recht haben Sie. Fick dich. Businessmanager für Quinn? Wer ist Quinn? Den würde ich ja gerne mal hacken. Und der Typ hier hat Verbindungen zu Fixern, also zu Typen wie Jordi. Gefährlich, gefährlich. Was haben wir da hinten? Haben wir hier noch irgendwie eine Kamera? Das müssen wir erreichen. Ich kann mir so noch irgendwie hacken aus der Ferne. Programmierer. Gehen wir mal dort lang. Sprich drei Sprachen fließend als Polizei-Dingsbums-Sarjent. Krasser Typ. Joa, ich geb mein Geld ab. Hm. Schön. Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex anregeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann rausschleichen. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten rausfetten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter der dicken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. E-Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. Ah, man muss nicht unbedingt mit dem Punkt drauf gehen, man muss bloß, äh... Gut, leiten wir erste Schritte ein. Wir evakuieren keine 40.000 Leute, damit ihr Räuber und Gendarm spielen könnt. Es gab einen isolierten Vorfall im Untergeschoss, also wiegeln wir es ab. Damit habe ich kein Problem. Wir werden gleich eine ganze Horde Kollegen auftauchen. Das wird Panik auslesen. Wir müssen das Spiel abbrechen und die Leute sicher hier rausbringen. Ein Spielabbruch? Das kann ich nicht entscheiden. Dann holen Sie einen, der es kann. Bitte. Okay, Moment. Hey, gib mir Barry. Na, dann sag ihm, er soll mich zurückrufen. Es ist ein Notfall. Also, wie schlimm ist es da unten? Wir wissen es noch nicht, aber es ist ein Tatort. Die Spursi ist unterwegs. Warum muss das bei meiner Schicht passieren? Scheiße. Okay, die haben fertig gequatscht. Finde ich gut. Das wird reichen. Und einmal das hacken. Jetzt komme ich in den Serverraum rein. Was gibt es denn da noch? Cooles. Hat gerade irgendwas geflinkt. Da könnte ich direkt hacken. Joa, mache ich jetzt auch. Ich sehe nichts weiter, was hier noch interessant sein könnte. Einmal Waffenrad und... Ach, und loslassen einfach. Und dann darf ich G-klicken. Hui. 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 Geh da weg. Danke. Hui. Das war knapp. Kann ich hier noch irgendwas einsammeln? Sorry, dass ich hier ein bisschen langsam durchgehe. Aber ich will gern echt alles mitnehmen. Und ich glaube, wir kommen ja auch nicht wieder so schnell hin. Wo bist du, Jordi? Was? Weg. Habt ne Bullenallergie. Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was dagelassen. Ein Freund von nem vollen dealt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass's. Ist mir egal. Ich muss. Okay, wir müssen also jetzt in das Auto und dann wahrscheinlich von ihr flüchten. Ich will aber gern Geld mitnehmen, weil... Wohl kann ich auch später machen, oder? Leute, was meint ihr? Die sind jetzt sowieso schon geschockt und ich hab das Spiel ruiniert und alles. Und ich find's sau gut, wie lebendig die sind und dass die ne eigene KI haben. Warum rennt der eigentlich? Oh, und da ist das Licht wieder. Hat eine Affäre? Krass. Unsinnliche Entflösung? Cool. Nachkommen von Aristokraten? Keine Chance, dass er uns entkommt. Wurde schon mal Sex zu Elbe. Echt? Cool. Spielt russisches Roulette? Bitte was? Ist... Krass, ich könnte mich echt den ganzen Tag hier mit den Leuten beschäftigen. Hat nur begrenzt den Zugriff, kenne ich. Wo versteckt er sich? Hat ihn jemand gesehen? Gemeindegärtner? Cool. Er holt sich von Autounfall? Ne, die lassen wir mal lieber. Die hat selbst... Na, ihr Süßen? Süchtig nach Social Gaming und hypoglykämisch. Okay. Unfruchtbar. Oh, die Arme. Kann ich hier einkaufen? Erg-Trink. Wie geht's? Nö. Ne, doch nicht. Bitte, bitte. Oh, jetzt sind die aber hier. Noch keine Spur vom Verdächtigen. Wir suchen weiter. Ja, lass mich mal in Ruhe. Wir laufen eine Runde über die Straße. Ah, Geld oder was? Wir müssen dann echt mal schauen, auch wen wir hacken. Weil ich, äh, gar keinen Bock drauf hab. Wir sind in Position und setzen unsere Suche fort. Weil ich gar keinen Bock drauf hab, irgendwie, äh, ja, äh, äh, ähm, irgendwelche, irgendwelche Karma-Punkte zu verlieren, weil ich das Ding gerne als Held abschließen möchte. und, äh, das Fahren wird jetzt sehr lustig. Was? Scheiße. Nein, ihr habt mich nicht gesehen. Kontrolliert die Tunnel. So, krass. Oh. Ach, so macht man das also nicht. Ja, ist ja auch scheiße geil. Ist ja nicht unser Auto. Ist ja nicht so schlimm, wenn das kaputt geht. Ich schaue jetzt mal einen Punkt, wo ich abkürzen kann. sieht doch gut aus hier. Hier ist nichts. Irgendwelche Sporen? Ich werde von einem Busch aufgehalten. Okay. Das war anscheinend ein Stahlbusch. Ich versuche mich mal möglichst so noch fertig zu verhalten. Also, äh, das Ding ist, das hat, äh, oh, oh, okay. Das haben die ja mit Absicht gemacht. Danke. Äh, das haben die ja mit Absicht gemacht. Ich tue es einfach durch. Nein. Scheiße, das kann jetzt was werden. Ja, genau. Weg. Bin gar nicht da. Ich habe ihn hart angepackt. Folter bringt mich bei Maurice nicht weiter. Also muss ich in seinen Kopf. Seine Schuldgefühle fressen ihn auf. Ich gebe ihm ein paar Tage. Dann wird er sich auch hören. Ähm. Was ist denn da los? Äh, M-Weltkarte. GPS-Markierung zu setzen. Ich will aber jetzt keine GPS-Markierung. Ich mach mal was mit dem. Ich habe ihn mit dir verkuppelt, aber es ist irgendwie komisch. Er ist verheiratet? Nein. Ich glaube, er hatte noch nie eine Frau. Was? Er ist 27 und hinreißend. Das glaube ich nicht. Außerdem wusste der doch immer, was bei ihm alles abgeht. Ja, stimmt. Oh. Oh, weißt du was? Jetzt finde ich ihn noch hinreißender. Ist ja süß. Hober Blutdruck. Angeklagt wegen Bigami. Cool. Langzeitbeziehung beendet. Besucht, warte, ich will nochmal, Leute, tatscht nicht so viel. Besucht Fury Conventions. Bei Karriereberatung angemeldet. Hober Blutdruck und da tanzt du? Okay. Angeklagt wegen Bigami. Verteidigte Wirtschaftsprüfer. Äh, vereidigte Wirtschaftsprüfer. So, Quatsch. Ich kann gar nicht mehr lesen. Äh, Kollege? Nein, nein, nein. Meist du, das ist dein Auto? Hey du, geh weg da. Ja, äh, war anscheinend nicht dein Auto, oder? Der läuft jetzt so komisch weg. Ähm, ja, war mal eine längere Folge und ich hoffe, ich habe auch alles mitgenommen aus, äh, dem Anfangstutorial. Ähm, wie es natürlich weitergeht mit Aiden Peers und seiner Rache-Geschichte sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich werde die jetzt gleich im Anschluss noch aufnehmen. Ich werde aber, äh, vorher mal schauen, dass ich dann eventuell äh, den Controller wechsle oder vielleicht bleibe ich auch erstmal dabei. Äh, seht ihr ja dann in der nächsten Folge und, äh, ich hoffe, ihr schaut dann auch wieder mit, äh, vorbei und, und hab mit mir Spaß in dem virtuellen Chicago hier, das echt gut gelungen ist, muss ich sagen. Und ich komme langsam klar mit der Steuerung. Okay. Glaubt nicht an die Evolution, was? Die müssen wir gleich mal Anti-Atheistin, kann es sein? Egal. Äh, ja, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Habt einen schönen Tag. Und haut rein. Tschüss. Tschüss.